Wenn ihr aktuell im Wald solche umgekippten Verkehrsleitkegel seht, dann stellt sie auf keinen Fall wieder hin. Denn gerade jetzt in der Waldbrandsaison dienen solche Kegel der Feuerwehr als Wegweiser. Die Kegel werden so hingelegt, dass die Spitze in eine Richtung zeigt wie ein Pfeil, wo die Einsatzfahrzeuge hinfahren sollen, wo sie abbiegen müssen, wo sich Weggabelungen befinden und so weiter. Deswegen lasst die Kegel so liegen, damit die Einsatzkräfte ihren Weg zum Waldbrand finden.